Ich bin Dario und ich zeige dir heute meinen spannenden und abwechslungsreichen Arbeitsalltag als Motorgerätmechaniker bei der Horstädter Motoren AG. Ich habe mich für eine handwerkliche Lehre entschieden, weil ich schon früh gemerkt habe, dass ich gerne mit Werkzeugen, mit Schrauben ziehen und gerne etwas mit meinen Händen mache. Und dann hat es sich einfach anerboten, eine Lehre als Mechaniker zu machen, weil mich Technik interessiert. Ein cooles Erlebnis, das ich hatte, ist eigentlich, wo ich das erste Mal einen Motor von einem Quad auseinandernehmen konnte und auch selber wieder zusammenbauen und der am Schluss auch in den Fahrzeugen funktioniert hat. Sehr gut in der Werkstatt gefällt mir unter anderem auch unser Team. Wir haben ein super cooles Team mit aufgestellten Leuten, die auch Spass während dem Arbeiten nicht zu kurz kommen. Was auch cool ist bei der Horstädter Motoren AG, ist, dass wir mit guten Noten unseren Lohn aufbessern können. Ich kann einen Ehrlings-Ausbildner immer fragen, ob ich Probleme habe. Er ist auch in der Werkstatt direkt und er erklärt mir auch immer alles, wenn ich ein Problem habe und ich kann mit schulischen Sachen zu ihm gehen. Unsere Zusammenarbeit ist sehr gut. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis miteinander und wir helfen uns gegenseitig. In der Horstädter Group haben wir auch immer wieder Lehrlingstage, wo wir unter anderem am Morgen einen kleinen Workshop machen und am Nachmittag einen Spiel- und Spass-Teil machen, wo wir unter anderem zum Beispiel einen Schnitzeljagd machen oder gehen Google Car fahren. Wenn dir das Video gefallen hat, dann komm doch zu der Horstädter Motoren AG und schnuppern als Motorgerätmechaniker. Wie funktioniert auch bei uns die als Motorgerätmechaniker. Also, CEB,